Mit einer Größe von 1,88 und einem Gewicht von 120 Kilogramm, auch Genetic Freak genannt, ist Scott Steiners Einstellung außerhalb und innerhalb des Rings legendär. Er kennt keine Gnade, wenn es ums Austeilen geht. Jeder Suplex zeigt, wer der Big Booty Daddy, wer der Chef im Ring ist. Für Scott Steiner gibt es keine Grenze, die er nicht übertreten würde, um neuer TNA World Heavyweight Champion zu werden. TNA Wrestling – Neue Horizonte erreichen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017